dann herzlich willkommen bei soma ich drücke auf weiter und gucken wo wir waren das habe ich nämlich jetzt gerade nicht auf dem plan die arche ist an bord einer tram unterwegs so viel dass er auch dort ankommt okay so blöder meid bot blöder egal sonst sieht alles gut aus pegel ok check 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 so komm schon ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen umschauen gucken wo wir waren ich erinnere mich an wilde verfolgungsjagden und dann sind wir durch den crash wieder rausgeflogen oder wo ich immer noch nicht weiß woran es liegt so beliebige taste ach genau hier waren wir ja stimmt 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 ich erinnere mich okay müssen wir jetzt hinterher das sieht ja das sieht ja echt einladend aus hier bleibt die bleibt jetzt versiegelt hier oder ich hoffe da kommt dann nichts von anderen seite durch druckausgleich haben wir gemacht dann schauen wir mal ob wir hier durchkommen dieser grafikeffekt ist immer noch super geil was ist man jetzt hier moment oh weia macht ja einen super eindruck dieses zeugs hier alles steine ach so durch das gitter rein okay ah ja 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 so durch und ja Hm, einmal durch die Suppe. Ist das Öl? Oder ist das dieses Struktur-Gel? Äh. Hä? Wo ist denn... Wo ist denn... Wie kann man denn... Hä? Ja... Zum Glück kommt nichts von denen. We are so close now. Hurry. Aber... Ich würde ja gerne hurryen. Aber... Ich hurry ja schon. Ich glaube hier geht es echt nicht weiter. Hurry. Toll. Super. Ähm. Was ist das? Ah. Meine Nase juckt. Wieso ist denn hier so ein Tunnel? Was ist denn das für unterirdische Gewölbe hier? Ja... Machen die einen Sinn? Ist das hier gewuchert oder wird das hier gebaut? Was ist das? 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 Geht das? Ja... Was ist das? Ich hab wie gesagt. Ich mag überhaupt atmen. Naja, hier wird bestimmt nix sein. Was soll denn schon passieren? Hallo? Nix, Lichtes, was soll das Licht denn aus? Das ist Alpha und man muss ja sagen, hier sieht's echt total desolat aus. Ähm, kein Lutschi, okay. Kann man hier was sehen? Wie es aussieht, hat die WOW hier ein ordentliches Netzwerk gesprungen. Sieht alles rot aus. Äh, gut aus. Rot aus, wegen dem Becher da hinten. Ich dachte gerade noch ein roter Becher. Kann man hier lang? Ist das so gewollt? Ganz schön schwer, die Dinger hochzukriegen. Ähm, Alpha, ja. Okay, ein auffällig blinkendes Licht. Ein extrem auffällig blinkendes Licht, deswegen geh ich mal hier lang. Und hier ist... Ich höre auf jeden Fall noch, kann das sein? Plattenaktivität? Das sind doch Server oder sowas, ne? Okay, die Arche scheint auf jeden Fall auf dem sicheren Weg dahin zu sein. Natürlich passt die da locker überall durch, nur wir nicht. Ähm... Ich bin so nah, wie du willst. Ich bin so nah, wie du willst. Ich brauche dich um die WOW. Was? Wie? Ich bin so nah, wie du? Ich bin so nah, wie du bist. Ich bin so nah, wie du bist. Was du bist? Was du mit dem? Ich bin so nah, wie du mit einem Olicron. Ich versuchte ihnen, dass die Toxon mit der WOW mit der WOW. Aber sie haben nicht versteckt. Sie haben ihn in meinem Kabinett, und es ist so infuriating. Sie müssen sie auf Alpha nehmen, der Fountainhead von der Misery entwickelt werden. Eine Frau. Sie hat es herausgefunden. Sie hat es gehalten, aber die WoW schriekt. Sie haben alle gehalten. Sie... 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 Sie haben die Gel aus der Katniss und sich in eine Venomous-Snake gemacht. Sie sagen, diese Toxin in mir kann die WoW... all zusammen? Du bist der Snake, Simon. Jetzt streich auf das Herz. Okay. Sehr seltsam. Also das Strukturgel, was wir genommen haben, war zufälligerweise vergiftet oder halt Gift für die WoW. Man sollte eigentlich nach Alpha gebracht werden, aber keiner hat es gerallt. Und jetzt, da wir unseren derzeitigen Körper damit belebt haben, ähm... haben wir das Gift in uns. Das ist, ähm... Das ist, ähm... Unerwartet. Aber wer ist das überhaupt? Wer spricht da zu uns? Als er das Gift gebracht hat... Als er das Gift gebracht hat, kam er mit dem Meteor? Hat der Meteor die WoW doch vergiftet? Und das sind, ähm, befeindete Parteien, die sich hier... Ähm... Ja, weiter bekämpfen. Komisch. Hier ist aber alles... Hier sieht alles wesentlich organischer aus als in den anderen Stationen, wo ja nur diese Wucherungen waren. Hier ist irgendwie... Alles... Verwuchert? Schon verrottet? Private Property Access Restricted to Cartage Employees. Ach so. Ach, scheiße. Wir dürfen ja gar nicht weiter. Mist. Naja. Nein. Schon wieder Private Property. Der Gang ist mir... ...bisschen zu lang. Licht ist jetzt... Wird das schwächer mit der Zeit? Na? Level 7. Wow. Core Isolation Laboratory. Ist er das? Ist er das? Ein Herz. Es kontrolliert all die Structure Gel auf Pathos 2. All you need to do is poison the Inprint, and the Herz will unwillingly spread it across Pathos 2. Kill it. Feed it, Simon. Push your arm into the Herz. Okay. Come on. Do it. Los. Tu es. Tu es. Tu es. Los. Tu es. Mach es, Junge. Tu es. Ich will mich trotzdem erst noch mal ein bisschen umgucken. Hier geht's auf jeden Fall weiter. Oh. Oh. Ich will nicht, dass die WoW noch weiter produzieren. Es ist schmalker, Alter. Hey, chill mal. Also. Wir können jetzt links die WoW töten, rechts entkommen. Ach, wir sollen unseren Arm da reinstecken. Aber wieso ging das denn nicht andersrum? Wieso konnten wir denn nicht durch die Flutschis das Herz verlüften? Ja. 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 Gut. Ähm. Ich meine, wir haben ja bisher echt nix Gutes von ihr gesehen gehört. Don't let the Earth be consumed by WoW's Nightmares. Ist ja nix mehr auf der Erde. Aber. Ist schon ne ganz schöne Arschloch, WoW. Also deswegen, ähm. Du es, du es. Mach es, Junge. Ja. Die hat uns ja hier durch die Gänge geschleppt. Also. Oh oh. 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 Und wenn du? 여보세요arks kannst du beschıyorum. Es funktioniert! Es funktioniert! Enf lienasten! Es funktioniert! Es funktioniert! Und sie funktioniert! Scheiße. Versuche! Ich mache dir was du willst. Das ist ein neuer Potton. Keine Angst, ich werde es schnell machen. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Wo, 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 wo. Hat er sich jetzt umgedreht? Nein, 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 nein. Fuck. Was? Lauf, du hast nur den Arm ab, aber nicht die Beine. Scheiße, 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 scheiße. Ah. Ah. Da ist ja noch ein Stück der, wow. So weit ist es langsam, ne? Boah, fuck, fuck, fuck. Es wurde auf jeden Fall gespeichert. Insofern... Oh, 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 oh. Lauf. Also da hinten war, glaube ich, schon wieder so ein... Pfff. Nein, 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 nein. Ah, fuck. Ah, fuck. Gah. Ja, 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 ja. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Was hat uns auf diesen Berg geschaut? Nein, 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 nein! Fuck, 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 fuck! Nein, 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 nein! Sind wir hier sicher? Auf dem Licht? Scheiße, scheiße, scheiße. Boah, das ist aber auch... Ist das ein Flutschi? Das ist kein Flutschi, ne? Nein, 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 nein! Oh, Mann! Was, wir leben immer noch? Ich hab keinen Schimmer, wo wir hin müssen. Wir sind total am Arsch. Ah, Mann, ich kann auch nicht mehr richtig laufen, ich kann nicht mehr rennen. Das Vieh kommt doch schon wieder. Okay, 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 jetzt, jetzt, jetzt! Mach auf, mach auf, mach auf! Geh da rein, geh da rein! Ich glaube nicht, dass es vorbei ist, ich glaube nicht, dass es vorbei ist. Äh, äh, schwenk, schwenk, schwenk! Oh, wie konnten wir das denn überleben? Alter Schwede! Ist das die wirkliche, wow? Der Einzige, der im Mund liegen, die du brauchst, darfst du das nicht überleben. Warum? Hier kann ich nichts machen. Das muss 5, oder? Ich hoffe, der Ark hat es hier in einem Stück gemacht. Das hat gesaved, das ist sehr gut. Boah, wie ruhig gerade. Boah. Ich frag mich gerade, war es richtig, die WoW zu zerstören? Aber das, das waren doch nur wirklich Albtraum-Kreaturen. Ich verstehe das gerade nicht. Warum wollte er uns dann auch töten? Warum dürfen wir nicht gehen? Weil wir gegen sie immun sind. Oh, Mann. Ist hier vielleicht ein Flutschi? Boah. Wie konnten wir denn zwei Bisse von diesem Vieh überleben? Zumindest sieht es ja ein bisschen aufgeräumt aus. Ah, wir können jetzt Catherine hier wieder reinballern. Ähm. Ja, machen wir mal. Kriss, was ist passiert mit deinem Arm? Es ist kompliziert. Ich muss nur eine Sache wissen. Ich habe beide Arten in der Ark, richtig? Ja, natürlich. Du bist okay, aber? Kannst du etwas tun? Ja. Wir können das einfach mal mit. Du hast den Ark? Ich habe, aber ich habe es auf dem Weg hier, an einem Automativen Tram-Train-Train-Train-Train-Train-Train-Train. Okay. All right. Fire's up and running. Fire's up and running. Roger that. Uh. Come on, yeah, come on. Die Space Gun. Äh. Ich ahne, Schlimmes. Dass wir das Ding auch noch reparieren müssen. Das ist ein Monitor, habe ich gesehen, habe ich gesehen. Hier ist das Loading Dock. Und da ist... Das ist toll. Ach so. Ja. Dann gucken wir erstmal auf den Monitor, bevor ich durch die... Ich hoffe, ich kann hier was sehen. Ja, Standortkarte. Karte ist immer gut. Bleh. Soma-Echse, bla 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 bla. Simon ist aus dem Geheimstandort Alpha im Herzen der WoW entkommen, hat Fire arrived. Nun ist es an der Zeit, die Arche mithilfe der Omega-Weltraumkanone in den Weltraum zu schießen. Das klingt ein bisschen komisch, eine Omega-Weltraumkanone. So ein bisschen nach Raumpatrouille-Orion irgendwie. Die haben doch im 22. Jahrhundert bestimmt wesentlich coolere Ausdrücke als Weltraumkanone. So, jetzt wird nochmal kurz nachgeladen hier. Hier, Texturen. Blah, blah. Und dann soll es gleich auch nicht mehr ruckeln. Na, komm schon. So. Okay. Kurze Schnellvariante. Wir bringen Fire eben wieder auf Touren. Es ist doof, dass man das nicht abbrechen kann. Yep. Fire's up and running. Fire's up and running. Danke nochmal. So, jetzt geht's auch. Also hier sind wir nämlich an. Dann geht's da runter und hier ins Lager. Was ist das? Hilfssteuerung. Hilfsstring. Was ist das für ein rotes Kreuz? Da ist doch was, oder? Und hier ist ein roter Punkt. Was ist denn jetzt was hier? Ein Satellite ist in eine Schell. Die Schell wird mit dem Elektromagnen über den Bauer. Es gibt genug Momentum, um die Erde zu entfernen, die Gravität ist gewaltig, bevor es zu regressen ist. Nach dem Raum, die Satelliten wird die Schelle und entgegen. Auf der Bühne, die Satelliten in eine Orbe. ach so stich nicht tunneltransport viel laderaum inhalt arche erforderten manuelle entladung manuelle entladung so eingehend end was heißt end eingehend was sind das personal aktivität das so ausgehend ext 4 sind raus 6 und rein heißt das 2 sind noch hier aktivität unsignierter besuch erhörbar start der archer archer ein letzter besuch wir müssen jetzt die arsche manuell entladen woche 488 orbital plattform frachter mission abgeschlossen fernkundung satellit mission abgeschlossen 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 so dass all die dinger die mit der kanone hochgeschickt haben atmosphären messer ausgesetzt ausgesetzt nach zehn jahren einwandfreien betriebs wird die omega weltraum kanone abgeschaltet es bedurfte jedoch eine apokalypse entlassen zu werden die die wurde abgeschaltet so dass die wir kriegen die arche nie im leben hier hoch oder war da eine verbindung jetzt auf ja aber cool gemacht was das just been one day i have no idea our time together is a confusing patchwork of Generators. Oh, ein Flutschi. Oh, ein Flutschi. Oh, ein Flutschi. Oh, ein Flutschi.